Die sind so einfach gebaut, die kleinen AP AP TM Die P703 Mit den Motorradlenkern natürlich Einfachste Technologie Der war mal in grün, den haben sie einfach weiss gemacht Aber das gilt als Top-Werbefahrzeug, so eine AP Auch mit den lustigen kleinen Rädern, die im Prinzip wie gegen innen gebogen sind hinten Ein Vespa-Motor in der AP sorgt für den Antrieb Schau mal die kleinen Räder Dreirad AP Ich finde die kleinen Werbeteile einfach toll Die müssen gar nicht unbedingt laufen Es ist cool, wenn die einfach nur da stehen Die werden gesehen Piaccio hat einfach so eine Magie Von diesen kleinen Dingern Das ist jetzt eher ein neueres Modell, denke ich mal Neuer meine ich auch, 90er Jahre wahrscheinlich oder so Aber Es braucht eigentlich nicht mehr, außer du hast einen Crash, dann siehst du ziemlich alt aus Weil da hast du wirklich keine Knautozone Zum Teil Kleiner Lieferwagen von Piaccio Piaccio AP gal autre so Martinez Pein Pein Ja